Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei ScriptOK und heute meine Lieben, wir gehen ganz kurz ein paar Coins bei meinen Indikator durch, damit ich das noch rausbringe. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, ich habe es auch schon reingepostet, ich möchte euch aber jetzt nochmal live zeigen und ich möchte euch dann auch sagen, wie ihr wirklich tatsächlich profitable Coins findet und wie ihr bei den Einstellungen eben vorgeht oder beim Backtest, damit ihr seht, ob es funktioniert oder nicht. Weil eine Einstellung für alle Coins, kann man vergessen, jeder Coin, und ich werde das an meinen Einstellungen jetzt sehen, ist komplett verschieden. Hat aufgrund der Volatilität der einzelnen Coins natürlich etwas zu tun, manche sind volatiler, manche weniger, ich sehe den Bitcoin schafft es eher weniger tolle Ergebnisse zu erzielen, Atom, ich zeige euch heute noch zwei, drei Coins, die unglaublich sind. Aber Atom zum Beispiel, sehr guter Performer, aber ich zeige euch auch Indikatoren, die ihr nutzen könnt, um eben ein bisschen zu schauen, wann steige ich aus, wann gehe ich vielleicht doch nicht rein, wie geht es weiter. Genau, und dann schauen wir uns eben auch an, ist eben Trefferquote oder der Profit besser? Natürlich die Trefferquote würde ich empfehlen, wenn der Profit dann auch ein bisschen niedriger ist, weil es ist für den Kopf ein bisschen besser, wenn man einfach nicht so stark oder so oft Verluste hat. Und das ist eben der große Unterschied, warum ich sage Trefferquote ist besser, weil sie oft heißt, 50% Trefferquote, oder wer es in den Kommentaren gelesen hat, Casino, das kann doch überhaupt, kann jeder. Wenn ihr 60, 70% durchgehend auf dem Markt habt, dann Trefferquote für manuelles Trading, seid ihr bei mir eingestellt, meldet euch bei mir, bringt mir Nachweise, sage ich ganz ehrlich, weil ich kann euch da zu richtig wohlhabenden Menschen machen. Kein Scherz jetzt, weil ich habe hier im Background so viele Leute, die auch auf dem Bot schon warten, wo ich mir denke, Leute, ihr seid crazy, was ihr hier wirklich reinballern wollt. Aber, anderes Thema. Gehen wir jetzt zu den Coins hinein. Leute, vielleicht noch ganz kurz als Eigenwerbung. Jeder, der bei Binance ist, hat die Möglichkeit, beziehungsweise könnte mich unterstützen. Ich wäre wirklich dankbar, wenn das so wäre. Es wäre ein Link in der Videobeschreibung, da ist nichts anderes zu machen, außer, dass man den Namen von mir eben eingibt, CryptoKate zum Beispiel, welche Social-Media-Plattform bin ich, das wäre dann eben YouTube. Oder man gibt eben die URL, wie sie eben sieht von dem Social-Media-Account hinein. Dann sagt er, ob ich mehr als 20.000 Follower habe, habe ich leider noch nicht. Und dann vielleicht eine kurze Beschreibung, wer ich bin und damit. Weil man hat ja Chance auf eine Zusammenarbeit bei den Binance-Leuten. Die haben jetzt auch so eigene Channels, so Livestreams und, 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 was man da machen kann, habe ich erfahren. Da wäre ich gern dabei, weil das wäre extrem interessant. Deswegen, Link in der Videobeschreibung, nehmt euch vielleicht kurz die Zeit. Klopft das hier hinein und pusht meinen Link von YouTube hinein und ich wäre riesig dankbar. Und schauen wir uns das einmal zusammen an. Wir haben hier jetzt Atom zum Beispiel. Atom, ihr seht hier den aktuellen Trade vielleicht, dass man auch sieht, der Dump ist sehr gut. Wir sind vielleicht ein bisschen spät eingestiegen, aber von Einstieg bis jetzt sind wir circa um die 10%. Das, was jetzt auch in der Signalgruppe war, jetzt sind es eher gut 8% circa aktuell. Aber es sieht auch für sich gut aus. Wir haben auch beim Market-Cypher hier ein neues bearish-Zeichen, was hier angeht, dieser Punkt. Und, wenn wir uns das hier anschauen, wenn ich den Market-Cypher A noch aufmache, wir haben hier den Flip schon nach unten gehabt, wir haben eigentlich alles nur bearish. Der Flip ist nach unten bearish, wenn wir uns den Market-Cypher zum Beispiel jetzt mit hineinnehmen. Was natürlich auch sehr genial ist, dass unser Stop-Loss, also diese Linie, diese Rote jetzt schon mit hinunter wandert und unser maximaler Stop-Loss jetzt aktuell bei 19,2% liegt. Das, was aber immer weniger wird, je weiter wir jetzt hinuntergehen, jede Stunde wird das jetzt mitgehen. Also ist schon mal sehr, sehr genial. Aber schauen wir uns die Einstellungen an, ganz kurz. Atom, 1-Stunden-Chart, 25,41, 13,48, 2 und 4,3 aktuell eingestellt. Hat eben über das ganze Jahr gesehen, wir sehen hier vom 01.01. eine unglaubliche Performance von 1.046% bei 10x. Das muss ich wohl dazu sagen. Man sieht hier aber auch ein Maximal-Drawdown von 186%. Nachdem ich aber sage, immer nur 10%, und das ist auch beim Bot so, 10% des Gesamtguthabens wird verwendet zum Traden, hat man hier jetzt nicht 200% verloren, sondern das Gesamtbudget hat 18,6% einfach weggenommen. Wir müssen hier einen Punkt verschicken. Das heißt, bei einem 1.000-Dollar-Account wurden einfach mal 186 Dollar verballert sozusagen. Also das ist jetzt nicht das Problem, weil wir haben einfach sehr, sehr viel Gegenbewegung. Das nur mal als das Beispiel. Vielleicht auch, damit ich euch zeige, wo wir zum Beispiel auch den Markerzeifer in dem Fall genutzt haben. Diese Short haben wir mit 50% geschlossen. In dem Fall haben wir die Short aber hier geschlossen. Und eigentlich wären wir es hier. Wir haben gesagt, okay, wir haben Trend-Reversal, wir haben hier den Flip nach oben und haben uns hier von dem Closing hier bis zum tatsächlichen Closing eigentlich knapp 15% mehr Profit schon mitgenommen. Schauen wir aber jetzt zu den weiteren Coins, damit wir weitergehen. FTM in 4 Stunden Chart, 1.560% mit knapp 60% Trefferquote. Das ist natürlich unglaublich. Und wenn wir uns FTM anschauen, auch hier ist kein Scherz, das ist der erste, also machen wir den ersten ersten, damit wir es noch mal besser sehen. Haben wir sogar noch mal besser, also 1.669%. Ein maximaler Drawdown waren hier 70%, das heißt 7% eigentlich des Gesamtportfolios, was hier nur weggingen. 62,5% Trefferquote, 24 Trades. Das heißt, richtig long-term swingen. Die Einstellung 25, 39, 13, 42, 2 und 3,9. Und wie sieht man jetzt, und das wollte ich euch sagen. Wenn ihr so etwas zusammenbekommt beim 1.1.2022, wir haben jetzt knapp ganzes Jahr, wo wir das jetzt einstellen. Wenn wir dann einfach weitergehen, müssten wir, wenn wir jetzt am 1. Februar gehen, einfach ein bisschen weniger haben. Und wenn wir dann weitergehen zum 1. März, müsste es wieder ein bisschen weniger sein. Hier war es ein bisschen mehr, das heißt, Februar war ein kleines Minusmonat. Aber April sollte es jetzt wieder weniger werden, 1.336. Wenn wir zum, sind wir jetzt April gewesen? Nein, jetzt sind wir April. 1.130, ja, dann zum Juni. Dann sind wir bei 801. Und je weniger es wird eben zum aktuellen Monat hin, weiß man, man hat jetzt jedes Monat einfach ein bisschen Prozente gemacht. Wir sind jetzt von 801, sind wir runter auf 620. Das heißt, wir haben circa 200% knapp gemacht. Dann in August, wenn wir weitergehen, da haben wir ein kleines Minusmonat gehabt. Dafür sind jetzt dann im nächsten Monat wieder mehr darin. Aber so geht man eben vor, ja. Und dann sieht man, das letzte Monat waren 400, knapp 500%, was hier eben darin war. Und wenn die Jahresperformance gut aussieht, so durch, dann weiß man, man hat die optimale Einstellung für den Coin gefunden. Und die könnte man dann nutzen. Letzte Long allein schon wieder, was das schon wieder war, ja. Also wenn man sich das anschaut, die letzte Long waren 139, also knapp 140%, was hier eben darin waren. Also unglaublich. Das ist eben FTM. Gehen wir weiter zum, was haben wir? OPU. Leute, das ist ein Coin bei Bybit, glaube ich. Man sieht hier, der ist doch erst seit Juni online bei Bybit. Schaut euch diese crazy Performance an seit Juni, ja. 2228%, 14 Trades, 50% Trefferquote. Profitfaktor ist unglaublich. Und was das allergenialste ist im 4-Stunden-Shot, der maximale Drawdown liegt bei 55,8%. Ja, das heißt, es wäre von deinem Gesamtportfolio bei 1.000 Dollar, wären 50 Dollar einfach mal verschwunden gewesen. Also nicht ganz so viel, weil wir nur mit 10% traden. Das heißt, bei 1.000 Dollar Portfolio 100 Dollar werden eingesetzt. Das heißt, 55 Dollar wären einfach weg gewesen. Das maximale Minus. Und unglaubliche Performance. Kommen jetzt auch da noch schnell die Einstellung. 923, 29, 13, 42, 3 und 4. Und da als kleines Beispiel, für alle, die jetzt dran geblieben sind. Ihr seht ja, wie verschieden meine ganzen Coins eingestellt sind. Jeder einzelne, ihr werdet es auch noch weiter sehen. Deswegen meine ich, und das ihr auch seht hier, als erster Sechs, also so wirklich der Start. Ja, deswegen meine ich, damit ihr jeden Coin wirklich extrem gut anschauen sollt, wie performt denn welche Zahlen. Ihr seht hier, wie unglaublich verschieden das ist. Und deswegen ist wirklich Coin für Coin hier komplett anders einzustellen. Was haben wir Chilis? Haben wir Chilis schon gehabt? Haben wir noch nicht, glaube ich. Chilis, 1-Stunden-Chart. 749 Prozent. Ich schaue noch kurz, ob wir in Januar sind. Nein, sind wir nicht. Wir gehen in Januar. Chilis ist auf jeden Fall ein bisschen volatiler. Man sieht hier, 700 Prozent war auch von Januar schon. Das heißt, hier muss man ein bisschen durchklicken. Was performt der 600 Prozent? Gehen wir jetzt mal zu August weiter. Da haben wir die 775 Prozent. September 473 Prozent. Da, wo es natürlich auch wieder volatiler wurde. Und ihr seht, also der letzte Chilis-Trade überhaupt abnormal. Einfach mal mit 161 Prozent aktuell im Profit. Und das ist noch kein Ende in Sicht. Also richtig genial. Einstellungen Chilis haben wir, glaube ich, eh gesagt. Habe ich jetzt gesagt. Ihr seht auch hier komische Einstellungen. 4 und 4,2 beim ATR. 13, 42, 31 und 46. Dass wir diese Einstellung haben. Und jetzt schauen wir uns noch, Avalanche schauen, also AVAX. AVAX, ein Stunden-Chart mit, muss ich kurz schauen, wo sind wir hier drin? Sorry, das ist der Market-Cypher. Den wollte ich jetzt nicht. Zehnte-Erste. Sorry. Da gehen wir auch natürlich auch zurück zum Januar. Damit ihr das seht. AVAX im Januar 1425 Prozent mit einer Trefferquote von 43. Hier sind 125 Prozent maximal der Drawdown. So fern, Mann. Und das muss ich auch sagen, wenn man nicht manuell irgendwas mit einstellt. Das muss ich auch dazu sagen. Weil in dem Fall, man sieht diese Short hier sehr spät. Wir könnten den Market-Cypher einschalten. Man hätte hier nach dem Closing-Long eigentlich gleich eine Short eingehen können, weil wir haben hier einfach den Flip nach unten gehabt. Wir haben ein paar bearische Anzeichen gehabt. Das hätte eigentlich hier gut gehen können. Das heißt, die Short hier wäre nicht zu spät gewesen. Deswegen meine ich, wir beobachten jeden Trade, der natürlich aufgeht. Dann auch manuell. Aber auch hier wieder wunderschönert Short, wenn man den genau nimmt. Sieht auch noch nicht dazu aus. Aktuell mit 40 Prozent im Plus. Sieht aktuell nicht so aus, als würde er demnächst in die Höhe gehen. Und wenn er in die Höhe geht, ist auf jeden Fall. Jetzt kann gar nichts mehr passieren, weil da ist unser Stop-Loss und hier ist unser Entry. Also auch hier seht ihr, wahnsinnig gute Performance. So, das Video war jetzt ein bisschen kürz. Ich habe das schon mal abgedreht. Ich war bei knapp 17 Minuten. Ich dachte mir, nein, das kann ich euch so nicht geben. Nehmt euch das. Schaut euch das Video nochmal an oder macht euch irgendwelche Screenshots, wenn ihr die Einstellungen habt. Schaut euch das mal genau an. Wirklich geniale Einstellungen, die ich hier gefunden habe. Bin natürlich immer tagtäglich am Testen. Aber einfach ein paar Infos jetzt gewesen für den Indikator, wie ihr das einstellen könnt, wie ihr Trades raushauen könnt, wie man vorgeht vor allem, dass man die Einstellungen macht. Bis dahin. Nächstes Video nicht verpassen. Liken, teilen. Bitte abonniert doch meinen Kanal. Ich meine, ich schaffe es bestimmt nicht mehr, den 10K zu erreichen. Aber jeder Abonnent, der jetzt kommt, umso früher habe ich den 10K erreicht. Das wäre so ein Ziel für mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.